Ich habe meine Schwester am Abend in einem Pilzkostüm fotografiert, um mein größtes Gemälde bis jetzt zu malen. Dafür habe ich eine Leinwand schwarz angemalt und eine digitale Skizze erstellt, die ich mithilfe eines Projektors auf die Malfläche projiziere, um ein wenig Zeit zu sparen. Ich hatte irgendwie erwartet, Monate hierfür zu brauchen, aber tatsächlich habe ich das ganze Projekt in nur drei Tage geschafft. Okay gut, ich habe in diesen drei Tagen auch mindestens 15 Stunden am Stück durchgemalt. Aber sobald ich einmal im Malen drin bin, kann ich stundenlang tunneln. Und ich sage euch Leute, das ist so ein wunderschönes Gefühl. Alleine dafür male ich. Und natürlich für das ebenso tolle Gefühl, den letzten Strich zu setzen, zurückzutreten und zufrieden zu sein. Das hier ist das Endergebnis. Wie findet ihr es?